Hallo und willkommen zu The Walking Dead 2. Ja, inzwischen war es von Tell Games, die zweite Episode Release, die wir jetzt zusammen starten werden. Bis gleich! Now I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself! Bullshit! Krista, run! I'm out, grab her, let's go! Would someone mind telling me what the fuck was going on here? Spit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary and Joseph. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ha! I'm fine. I'm fine. Just... just lost my footing. Dammit. God dammit! Come this way! Dammit, you get your asses over here! Both of you! Nick! Hold on! Nick! God dammit! Nick! We have to go! Jack! We have to go! Backlight. So, that's us probably knew that we have to go! But now comes the second episode! Wadah! Das hatten wir schon mal, das bringt nicht so viel. Ich wusste jemanden, die versucht es zu tun. Nur weil es nicht funktioniert hat, das bedeutet, dass es nicht funktioniert hat. Oh, man... Ja... Ow... Ah, ich blieb aus wie ein Stuckpeg. Was soll ich machen? Willst du mich hier auf deinem Bein gehst? Hell... Just... Just give me a minute. Try to get some rest. There is a lot of stuff in here. I'll try to find something to help. Ja, wir gucken uns mal um. Und wir finden bestimmt noch irgendwas. Erstmal ist da ja unsere Tasche. Ja, eine Flasche Wasche. Äh, eine Flasche mit Wasser. Ach... Anything in that? Not much. Here. Thanks. I'll keep looking around. Ja, mal gucken, was wir noch zu finden. Er trägt auf jeden Fall unser gesamtes Wasser. Und... Und da sind Autoschlüssel. Wir könnten vielleicht sogar irgendwo hinfahren. Schauen wir uns die erst mal an. Die Schlüsse sind noch drin. Well... Oder ein Schuss. Ja, das machen wir ganz zum Schluss nicht, dass wir da noch irgendwas unlocken. Das Radio... Mhm. Wir haben ein Ferngelass, Feuerzeug und Hammer. Ja, gehen wir doch mal zurück. Die Siege... Mhm, mhm, mhm. Was ist da drin? Alles, was wir nutzen können? Gib mir eine von diesen. Was? Wahrscheinlich schmeckt wie Pintar. Aber ich würde einen Kuhn fangen, wenn du einen hatte. Will du mir zeigen, wie du es tun würdest? Hell, nein. Warum nicht? Ellen Breslin. San Bernardino Borden, Schule, Juni 63. Ein Pack, und ich bin aufgetan. Ha, das Brot. Wie schnell sie sich angerätert hat. Krrrrk! Das riecht so schlecht wie es riecht. Jetzt was? Wir warten. Das riecht schon. Ah, der lebt auf jeden Fall noch. Oh, verdammt. Ich fühle mich wie 10 lb. in einem 5 lb. Jesus. Stuck in this can the whole damn day. Du willst hören von etwas lustiges? Ich habe schon gedacht, und ich will nicht sterben. Ich habe nie gedacht, dass ich das Kind der Idiot sagen würde. Aber da ist es. Ich bin Angst, Clementine. Jesus, ich bin Angst. Du wirst okay sein. Oh, auf jeden Fall spare mir die Bedeutung. Entschuldigung. Du bist... Du... Du hast mir gesagt, dass du nachzudenken für Nick wirst? Ich liebe diesen dumm Mann. Es ist egal, was du denken. Er ist ein guter Mann. Ich mache was ich. Danke. Es hat fast heute nicht mehr gefunden. Wir werden uns nicht finden. Wo werden wir uns befinden? Wo gehst du? Ich kann nicht aus dem weg meglio. Du musst nach Hause machen. für es bei some time Thank You Pete you go fun my nephew now right Wait for my signal and run straight to the woods just keep moving all right Und los geht's, Clementine! Ui, mutig! Mach es! Tja, da wären wir glaube ich ganz schlecht durchgekommen. Sehr schade um Piet. Ja, das ist doof. Das sieht nicht aus wie das Haus, das wir kennen. Irgendwie sieht das anders. Ah ne, aber erst ist das Haus. Ja, das 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 ist das Haus.